Wir haben natürlich gern mitgemacht bei der HDF-Aktion Kino leuchtet, weil wir natürlich auch brennen darauf, nochmal hier Leben in die Bude reinzukriegen. Im Hinblick auf die Öffnung ist es natürlich schon so, dass wir uns nach dem doch jetzt auf und ab letztendlich eine klare Strategie wünschen und es ist natürlich so, wenn die Zahlen halt nicht dementsprechend sind, dann sind wir auch die Letzten, die da irgendwo was Unmögliches verlangen und da wird es jetzt einfach drauf ankommen, dass diese Schritte von der Politik sehr konkret benannt werden. Also ich glaube nochmal dann so ein Hin und Her und ein Lockdown folgt dem anderen, das ist der Tod glaube ich für viele Kinos. Und dann sind wir mal gespannt auch letztendlich, wie das mit dem filmischen Angebot ist. Ja, das ist halt hier gerade unser lieber James. Das ist natürlich, da setzen wir viele Hoffnungen drauf, dass der dann kommt und wie gesagt auch dann ordentlich Zuschauer ins Kino halt bringt. Ja und dann haben wir ja auch noch eine ganze Menge, was man schon gespielt hätte.